Ein hallo und herzlich willkommen zurück zu Prototab 2, meine lieben Freunde. Weiter geht's mit der nächsten Story-Mission und zwar nehmen wir uns doch mal weiter S vor, also Galloway. Und wenn wir die alle abgeschlossen haben, dann kümmern wir uns um R, also Rooks. So, da wären wir auch schon. Super. Sieht aus, dass du noch spielst. Ja, nein, danke dir. Schau, Projekt Firehawk ist eine Bombing-Runde. Wir werden die ganze Stadt bürzen. Ich wusste schon, ich brauche Details. Wie geht's mit einer Flutte Helikopter, mit thermobarischen Roketten? Sie schießen erst die Red Zone, dann den Rest von NYZ. Habt ihr noch nie mit mir, James Heller? Ich weiß nie. Ich werde immer träumen. Woher sind diese Rundte Helikopter? Sie haben mehrere Rundte Helikopter um die Red Zone. Die erste, die du in die Höhe betrachten soll, ist ein konvertretter Dock auf dem East River. Was ich meinte, da sind die Käfige vom vorigen Part. Wegen dem vorigen Part habe ich auch den Part beendet, wo ich auf so eine Käfige da gucke. Ganz komisch. Wo wahrscheinlich die ganzen Infizierten versammelt sind. Und ja, das wollte ich nur erwähnen. Eigentlich nicht erwähnenswert, aber ich wollte es einfach... Da ist es hier, Eastland Ferry und da sind die ganzen Käfige, was wir im Ladebildschirm gesehen haben. Soviel dazu. Auf jeden Fall, begeben Sie sich zum Sammelbereich und... Bonus... Entführen Sie einen Thermobar-Helikopter. Okay. Wir sollen diese ganzen Thermobar-Waffen der Blackwatch zerstören. Und da können wir noch einen absorbieren. Machen wir doch gerne. Und zwar würde ich gerne Stelz-Modus machen. Stelz-mäßig. Und das machen wir doch am besten so hier. Der kriegt eine Biobombe ab. Dann sagen sie alle, ey, da ist was passiert und so. Keiner guckt mehr. Wahrscheinlich auf den hier. Und dann können wir den einfach verzehren nebenbei. So. Jetzt würde ich gerne noch den Typen da... Ja, scheiße ist. Ich will den gar nicht. Ich will den da... Werde ich verfolgen? Ne. Ich werde es sogar noch nicht mal verfolgen. Cool. Ich will eigentlich noch den hier nehmen. Nein, egal. Wir werden eh gleich... ...sichtbar. Wenn wir da rumballern wie ein Blöder, dann... ...ist ja klar, dass wir gleich die ganze Army da... ...auf den Hals haben. Von daher entführen wir jetzt... ...den Heli und zerstören mit den Heli... ...die ganzen anderen Helis. Guter Plan, oder? So. Dann wollen wir mal. Zack. Denn der hier... Mensch, da explodiert es aber, Alter. Heller, kannst du mich hören? Sie haben einige der Helikopteren verfolgen. Wo sind sie? In dem Park, in den Straßen. Sie töten alle. Du besser hurrystern, bevor sie etwas wichtiges zerstören. Ja, ja, bin dabei. Aber erst mal noch den Heli zerstören, ne? So. Gut. Das hätten wir erledigt. Jetzt noch der hier. Boah. Die ist explodiert nebenbei. Alter, Alter, Alter. So, da vorne ist noch ein Heli am rumflattern. Irgendwann. Ach, direkt unter mir. Auch sehr nice. Moment, den haben wir gleich. Und ich glaube, ich wechsle jetzt auch mal den Heli. Irgendwann hat nicht mehr so viel... Ja. Der ist gleich kaputt halt. Und deswegen schnapp ich mir doch einfach mal den hier. So, Kollege, du kommst gerade recht. Moment, ich mach mal kurz die Klappe aus. Hier, komm raus. Frische Luft schnappen und so. Und fertig ist es. Dann kann ich dabei auch noch den anderen Heli kurz mal zerstören. Denn der geht mir tierisch auf die Eier. Und kümmere mich jetzt um den Heli, der da irgendwo da vorne ist. Ach, das ist gar kein Heli. Das ist irgendwie so ein Ofen oder so. Dann... Ach, nee, das ist ein Bunker. Auch gut. Komm, die daunen, die daunen, komm. Den kriegen wir noch daunen. Wir sind gleich selbst daunen. Scheiße. Ich hoffe, das schaffen wir noch. Komm schon, 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 komm schon. Na komm. Wie lange die Kacke dauert, ne? Jetzt endlich, jawoll. Wir müssen wieder mal gleich den Heli wechseln. Irgendwann. Und sprich mit mir wie ein Kacke. Bitch. Ja. Wir sollten wirklich den Heli wechseln. Definitiv. So. Moment. Ah, fuck, ey. Ich will ungern, ehrlich gesagt, von so'n Scheiß getroffen werden. So. Ja, fuck, ey. So. Ja, perfekt. So, entführen. Erst hab ich denen so viel Schaden gemacht. Wie viel? Ach, der ist doch ganz... Hä? Hab ich doch völlig viel Schaden noch grad gemacht? Nein, egal. Umso besser. Denn benutzen wir eben den Heli, um den anderen Heli zu zerstören. So. Ja. Da vorn ist der andere. Das ist er. Und viel Spaß mit der Rakete. Das hat man geschafft. Wir haben alle von den Feuerhörchen verloren. Die Operation ist eine Verlust. Over. Komm schon. Komm schon. Wie ich sehe, habe ich dir geholfen. Und dann habe ich dir etwas mehr. Also, du wirst mir. Das ist wie du siehst, oder? Du weißt, dass es wahr ist. Aber hier ist das... Komm schon. Wir arbeiten gut zusammen, Heller. James. Wir gehen aus diesem Ort. Vergiss Mercer. Wir können etwas von unserem eigenen. Wir machen ein ziemlich guter Team, nicht wahr? Ich will nicht zwischen dir und Mercer kommen. Außerdem würde ich wahrscheinlich etwas holen. Autsch. Aber trotzdem hat sie echt einen geilen Arsch. Mission abgeschlossen. Operation Firehawk. Nice. So. Und Heller ist aufgestiegen. Evolutionsstufe 14. Sehr nice. Dann können wir gleich wieder skillen. Skillen wir doch mal... Nochmal. Sie erhalten einen Luftsprint. Und... Was könnte man denn hier noch so skillen? Verdachtklinge. Aha. Divester und Rudolführer werden nicht von gegnerischen Angriffen unterbrochen. Ah, dann doch. Bewegung hier skillen. Machen wir erstmal die Bewegung da voll. Und dann könnten wir ja irgendwann mal was anderes skillen. So, wie gesagt. Jetzt machen wir noch eine kleine Blacknet-Mission. Die nehmen wir noch durch. Aber erstmal hier das hier nehmen. Ah, kriege ich den so? Jawoll, der wird... Jetzt... doch. Er wurde kurz nochmal... ...beobachtet, aber dann nicht mehr. Super. Du solltest haben gehört, dass die Pencilnacken geht weiter und weiter. Über erhöhte Sicherheit. Ich denke, das ist nicht verstehe. Was mit Heller rippen, so viele Gintech-Guide. Sie wollen mehr Schutz? Ich sage, dass sie auf die Zahlungskala hochziehen. Jedes Pencilnack bekommt einen extra Grunt für alle 10,000. Sie schreien. So, äh... Festung. Nicht gestartet. Aha. Super. War da noch so ein Kampf-Upgrade? Ja, ne? Ich glaube schon, ja. Das war so ein Kampf-Upgrade. Von Soldaten oder vom Infizierten? Nach normaler Soldat. Aber... Ist ja eigentlich auch okay. Jetzt muss ich aber erstmal den kriegen. Na? Der wird auch immer noch beobachtet. Jetzt wird er nicht mehr beobachtet. Aber ich kriege den auch nicht ran, ey. Der ist sogar, glaube ich, jetzt tot. Äh, ganz toll. Ja, super. Danke, ihr verfickten Infizierten. Ich schlag euch gleich alle zu grün und blau. Na, scheiß drauf. Denn wollen wir eben jetzt... Blacknet machen. Los geht's. Ja, wir haben die Flüchtlinge. 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 Was ist in der Flüchtlinge? Hey, es ist mir. Hör, ich habe gerade etwas gefunden. Blackwatch is hoarding White Light. What? Why? There's no use for it anymore. If I know Blackwatch, they're gonna try and use it as a Bioweapon. Think I'll take a look at the facility. I'll let you know how it goes. Übrigens, die Leute... Ich habe ja eben noch Luftsprint geupgradet. Für die Leute, die nicht wissen, was ist denn jetzt Luftsprint, lieber Sio. Luftsprint ist dieses hier. Wir konnten ja erst nur einmal so einen Luftsprint machen. Jetzt können wir zweimal halt das machen. Was wir halt auch geupgradet haben. Bei Bewegung. Bei der Evolutionsstufe. Und ja. Damit kommen wir halt noch schneller voran. Außerdem haben wir noch mehr Sprunghöhe und sonstigen Quark. Ne? Jetzt sollen wir uns auf jeden Fall zu White Light Einrichtungen begeben, um die restlichen White Light Fässer zu zerstören. Und da ist noch so ein Kampf-Upgrade wahrscheinlich vom... Ja. Vom Soldaten. Und das nehmen wir uns doch gleich mal. Ah. Weißt du was, Kollege? Du kriegst eine Biobombe rein. Aber ich glaube, die kommen da jetzt nicht hin. Das ist ja perfekt. Das ist ja gut beobachtet, denke ich auch. Perfekt. Jetzt habe ich den hier. Und jetzt nehme ich doch mit denen. Ohne entdeckt zu werden. Geil. Irgendwie war das total komisch. Die haben da die ganze Zeit irgendwie Samba getanzt oder so. Kein Plan, was die da für eine Macke geschoben haben. Jedenfalls frage ich mich, warum ich auf dieses Riesengebäude raufen muss. Aber passt schon. Naja, was soll's. Jedenfalls... Los... Jedenfalls los geht's. Keine Ahnung. Wat, wie seh ich? Ähm... Wie weit ist denn das noch hier entfernt? Nicht mehr lange, oder? Ich glaub nicht. Noch geiler wäre es, wenn wir hier auf dem Weg ne schöne Blackbox finden würden. Das wäre richtig ordentlich, aber... Schaut nicht so aus. Oh... 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 Ja... Arme Infizierte, die sollen mir gleich mal helfen. Bundesverstören sie ein markiertes Geschütz, indem sie mit einem Auto werfen. Und das machen wir doch gerne. So... Erstmal das Geschütz. Gern ich mal das nächste Auto. Obwohl, vormal gar nicht. Ist schon abgeschlossen. Äh... Aber wir machen's trotzdem wegen... Das geht einem einfachsten. Möchte ich meinen. Und... Zack. Auch kaputt das Geschütz. Jetzt sollen wir den Handscanner benutzen, um die Einrichtung zu schleichen. Aber Moment. Dann holen wir noch das Upgrade von den Infizierten da. Ähm... Nehmen wir mal die hier. Obwohl... Ne, was mach ich denn? Kranken lieber. Boah ey, wo geht die Hände? Wie springt denn dieser Infizierte Typ hier? Bin ich gar nicht okay. Deswegen schwarzes Loch, Kollege. So. Moment. Und das hier noch hier. Hinterher. Und dann kann ich auch schon einen Finisher machen. Und dann mal gucken, was sich da verbessert. Ah, was verbessert sich? Die Hammerfaust haben wir verbessert. Jetzt können wir noch mehr Schaden mit der Hammerfaust machen. Noch mehr zerstören. Das trifft sich doch gut. Und jetzt... Müssen wir mal kurz weg. Um uns wieder als Soldat zu verwandeln. Um dann den Handscanner zu benutzen. So, jetzt wieder zurück zu der ganzen Scheiße hier. Dann wollen wir gleich mal in die Einrichtung schleichen. So, da wären wir auch schon. So, betreten sie den Hauptraum, um nach White Light zu suchen. Und das machen wir doch gleich wieder, Hand Scanner, um unsere Hand zu scannen, natürlich. Hö, hö, hö. Shit, sie ist richtig. Sie haben immer noch ein paar White Light in hier. Ich hoffe, sie haben nicht gebraucht, wenn ich es verbringe. Für alle Zeit. Ne, stört das bestimmt nicht, Quatsch. Den können wir gleich mal absorbieren. Auf den wird irgendwie eh nicht geguckt. Und dann wollen wir mal den Handscanner scannen mit unserer Hand irgendwie so in der Art und Weise. Also, keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall. Handscanner. Hier ist meine Hand. Scannen mal schön. So, das habe ich wahrscheinlich eh die ganzen Typen hinter mir. Oh. Das ist ja ganz toll. Ah, ich muss jetzt eh die ganzen Sachen in den Ofen werfen. Dann will ich mal meine ganzen Typen rausholen. Die kümmern sich halt um den infizierten Typ da, um den infizierten Supersoldaten. Und ich kümmere mich in der Zeit mal um die ganzen Fässer da, ne? So. Der Ofen war leider nicht mal auf, wo ich das wieder reingeworfen habe. Schade eigentlich. Och man, was? Hä? Ist das jetzt gut oder scheiße, dass wir das jetzt fast da kaputt gemacht haben? Ich hoffe mal, das ist egal. Na egal. Och, Kollege, geh mir nie auf die Eier. So. Das nächste fasst gleich. Moment. Und rin in die Soße. Und das nächste fasst. Auch das letzte. So. Und rein da. Und jetzt sollen wir noch den eliminieren. Machen wir doch glatt. Ah, Moment. Dazu nehme ich doch mal die und die. Es sind sogar noch zu zweit diese miesen Ratten. Diese miesen Ratten. Mann, Mann, Mann. Äh, was? Was machst du da? Hä? Alter, Alter, Alter. Darf ich auch mal irgendwann? Ja? Darf ich mal? Ja, Bio-Bombe natürlich wieder. Super. Ganz toll. Perfekt. Das war nicht so perfekt. So, jetzt habe ich endlich mal auch jemanden anvisiert, ey. Noch wieder Bio-Bombe. Willst du mich total verarschen? Ich hasse diese Bio-Bombe von den Typen, ey. Die gehen mir so auf die Eier. So. Noch wieder Bio-Bombe, Mann, ey. Das ist echt nervig da. So, jetzt aber. Kann ich den auch gleich absorbieren? Was denn mit anderen Typen? Ist er schon tot? Anscheinend. Dann will ich mal... Ich wünsche nur, dass wir sicher wissen können, ob das das letzte Event wäre. Dann will ich mal gleich die Einrichtung hier verlassen. Verlassen? Was? Verlassen? Mann, ey. Lieber Sirot. Was ist denn heute mit dir los? Mann, Mann, Mann. So, schnell verlassen die Einrichtung. Los geht's. So, geschafft. Operation entdeckte Katze. Nice. Und neue Evolutionsstufe? Nö, gar nix. Auch gut. Dann werde ich erstmal ab hier den Part beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Prototype 2 wieder. Tschakalaka, Motherfucker, bye.